Herzlich willkommen zum Montagslauschen aus dem Staatstheater, heute mit einem Werk von Richard Strauss. Richard Strauss hat zahlreiche Lieder komponiert, darunter Lieder mit Klavierbegleitung, Lieder, die er von vornherein für großes Orchester vorgesehen hat, wie beispielsweise die vier letzten Lieder, und Liedern, die er ursprünglich für Klavier komponiert hat oder für Klavierbegleitung und dann später selbst orchestriert hat. Das Lied, was wir Ihnen heute vorstellen wollen, Morgen, ist es tituliert, gehört zur letzten Gruppe. Es ist eines der Lieder Opo 27, das sind insgesamt vier Lieder, und diese Lieder hat Richard Strauss seiner Frau Pauline zur Hochzeit geschenkt. Er schreibt selbst darüber, meiner geliebten Frau Pauline zum 10. September 1894 als Morgengabe. Seine Frau Pauline, selbst eine gefeierte Sobranistin, hat zumindest dieses vierte Lied auch selber gesungen, mehrfach, in der orchestrierten Variante. Sie hören heute die Originalversion von Richard Strauss mit Klavierbegleitung. Es singt für Sie Miriam Mesterfeld und am Flügel wird sie begleitet von Johannes Zoll. Viel Vergnügen! Mögen. Amen. Und morgen wird die Sonne Wir wieder scheinen Und auf dem Wege Den ich gede, gede In uns, die Glücklichen Sie wieder heinen Inmitten dieser Fummen Atmende nieder Und zu dem Stratt Die Beutel All den Bauen Werden nicht mehr Atmende niedersteigen Stumm Werden wir uns in die Augen schauen Und auf uns Singt das Glückes Stumme schweigen Und auf uns Vielen Dank.